Achtung, jetzt kommt ein Karton! Hallo liebe Naturfreunde, hier ist euer freundlicher blauer Sousa, der allerschnellste Bursche der nordamerikanischen Hemisphäre, ja, gebt nur Acht. Vielleicht fragen sich manche von euch, was ein blauer Sousa eigentlich ist? Ganz ehrlich gesagt würde ich das selbst gerne wissen. Ah, da haben meine Augen ja einen Spiegel erspäht. Du meine Güte, ich bin eine Slange, ein fieses schleimiges Kriechtier. Eine der niedersten Kreaturen in der natürlichen Rangordnung. Kein Wunder, dass die anderen Wald- und Feldbewohner mich meiden und so oft brüskieren. Ja, ich schäme mich ja so. Ich kann mein Gesicht nicht länger in der Öffentlichkeit zeigen. Ich muss auch sofort zu meinem Psychiater. Verstehen Sie, Doktor, es war ein riesen Fjog für mich, als ich entdeckte, dass ich nur eine Schlange bin. Aha, und wann haben Sie nun herausgewunden, dass Sie eine Schlange sind? Als ich in den Spiegel geguckt habe. Nun, man ist ja in der Regel das, wofür man sich hält. Der Geist siegt über die Materie. Das funktioniert immer. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich zu entscheiden, was Sie sein wollen. Ach, wirklich? Also, ich hatte ja immer den heimischen Wunsch gehegt, ein Hütehund zu sein. Dann ist ja alles in Ordnung. Sie sind ein Hütehund. Und jetzt traut Sie und die Schafe zusammengetrieben. Oh, wie kann ich Ihnen jemals danken? Ach, Herr J. Ich hätte ihn fragen wollen, wie Schafe eigentlich aussehen. Ach, was? Wenn man ein Hütehund ist, hat man einen natürlichen Instinkt für solche Dinge. Ah, da ist schon einer der kleinen Schlingel. Was machst du hier, du dummes Schaf? Herr Marsch zurück zur Herde. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Wow, wow. Ich bin kein Schaf. Ich bin eine Ameise. Ach ja? Dann zeig mir doch mal deinen Ausweis. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin ein Hütehund, dumm Kopf. Siehst du das nicht? Das soll wohl ein Witz sein. Nichts bringt dir ein Hütehund mehr in Rage, als sollte ein neunmal kluges Schaf. Hey, Ed, hast du schon mal eine Schlange gesehen, die sich einbildet, ein Hütehund zu sein? Wir brauchen keinen Hütehund hier drin. Erdufte! Sag mal, wie sprichst du denn mit einem Hund? Ach, na, hey, Moment mal, ja! Lasst mich runter, sag ich! Was seid ihr nur für einen Haufen unhöflichere Schafe, hm? Wir sind keine Schafe. Schafe sind viel, viel größer. So, größer. Nun, wenn das so ist, sollten sie nicht schwer zu finden sein, nicht wahr? Meiner treu, das ist aber ein großes. Also gut, dummes Schaf, zurück mit dir zu her, ne? Oder soll dich der Wolf holen, hä? Okay, okay, schubst mich nicht, du siehst ja, ich geh doch schon. Hast du eben Schaf gesagt? Ich glaube, da liegt ein Irrtum vor. Ja, ja, lasst das Trompeten, nun mal vorwärts, hurtigen Fenkeln. Aber ich bin kein Schaf, ganz bestimmt nicht. Wisst ihr, ihr könntet damit sogar recht haben. Er hat einen Zwangs an beiden Enden. Das versuche ich dir ja die ganze Zeit klar zu machen. Schafe sind viel, viel kleiner. Trotzdem, halte ich dich für recht aufgeblasen. So, meinst du, vielleicht kann ich deshalb so gut pusten? Was ist? Hast du noch nie im Leben einen Hütehund gesehen? Aha, hört euch das an. Man kann ein Schaf dadurch von allen anderen Tieren sehr gut unterzeiten, dass es am ganzen Körper wusselig und vollig ist. Ich sag's, der Glück muss der Hund haben. Na, du Schaf, was glaubst du, wo du hingehst, hm? Was? Wer will denn das wissen? Ich, ich möchte das wissen. Und wer bist du, hm? Ich bin ein Hütehund, dummerchen. Du bist ein Spinner. Und als Hütehund sage ich dir, dass du sofort zur Herde zurückgehen wirst. Eine ganze Herde von denen da. Sag mal, was soll denn das werden? Ich mache ein Kokon. Ade. Hör zu, du verrücktes Schaf. Du kommst da wieder raus? Schließlich habe ich dich noch gar nicht gehütet. Sehe ich vielleicht aus wie ein Schaf? Hast du schon mal ein fliegendes Schaf gesehen? Die einzige Lautäußerung, die ein Schaf hervorbringt, ist Mäh, Mäh. Warum zum Teufel schreiben Sie das nicht am Anfang des Kapitels? Mäh, Mäh. Na endlich, wer sagt's denn? Hörst du denn auf, hier dumm herumzumähen? Geh zurück zur Herde. Mäh, Mäh. Also Moment mal, ja Moment. Heiliger Bim Bam, das Hafer hat einen Wolf verschluckt. Geht es Ihnen einigermaßen, ja? Warum musstest du dich da unbedingt einmischen, hm? Das war so gut ausgedacht, also am liebsten würde ich. Würdest du was? Ja, also am liebsten würde ich mich aus dem Staub machen. Also das war sehr tapfer von dir, mein Kleiner. Sagen Sie, Sir, wer sind Sie eigentlich? Wer, ich? Ich bin hier der Hütehund. Nein, was für ein Zufall. Ich bin nämlich auch ein Hütehund. Na dann willkommen an Bord, Kumpel. Mit all diesen Schafen da, die gehütet werden müssen, gibt es mehr als genug für uns beide zu tun. Bord, Kumpel, Kumpel, Kumpel. Bord!